Wierde Flex von Winston. Wierde Flex. Ja moin, servus. Heute mal wieder am Rotsee. Diesmal fixen wir die Solaranlage vielleicht plus minus. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall alles Elektrische dabei. Und ein bisschen mehr. Und ein bisschen mehr. Die Sonne scheint auch. Also diesmal, denke ich mal, gibt es keine Probleme. Und wenn doch, müssen wir halt mal wieder rudern. Schauen wir mal, was abgeht. Bis zum nächsten Mal. Wir haben Kabelhüse. Wir werden Kabelpressen. Es ist immer gut, die anderen arbeiten zu lassen. Immer besser leben. Wie viel kriege ich Stunden los. Lass einmal mitfahren. Einmal. Oha. Arbeit ist teuer. Die Batterie muss ich mal aufklären, weil sonst gibt es Stromschlag. Ich werde es unbedingt wieder probieren. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Falls jemand dieses Video sieht. Einfach die Polizei rufen. Das ist schon zu spät. Ja, dann film du jetzt mal. Unser Winsten macht uns los. So und jetzt voll Gas. Andersrum. Andere Richtung. Andere Richtung. Weiter, weiter, weiter. Das rein. Nein, 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 nein. Geht das? Anders. Voll, 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 voll. Einlenken, einlenken, an links. Langt das? Ich lenke immer noch voll ein. Nein, bitte. Ich will da nicht mit meinem Bikini auf YouTube. Kommt, die Bikini-Wilder kommt bei Philipp in einen anderen Ordner. Ohne Bikini. Habt ihr es jetzt auch endlich mal geschafft? Kommt jetzt auf YouTube, Nina. Philipp, du musst ja paddeln. Halt los, nicht hin. Hey, ihr wird schneller. Ich glaube, die Nina braucht einfach nur mehr Oberkörper mehr zu spielen. Dann schlackst du es auch schon. Ich bin fast. Sonst habt ihr ein bisschen Speed. Ich bin fast. Oh, Philipp. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ups, die Haare sind nass. Auf. Oh nein. Musik Musik